Hallo und Happy New Year von Stout. Frohes neues Jahr auch von mir. Genau, richtig. Schön, dass ihr auch hoffentlich gesund im neuen Jahr 2019 angekommen seid. Wir sind es auf jeden Fall. Und deswegen dieser kleine Gruß von uns und auf jeden Fall dieser Gruß als dickes, 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 dickes Dankeschön, dass ihr in unserer Stout-Trending-Kampagne schon so fleißig gespendet habt. Danke. Ganz genau. Wir sind nämlich aus dem Winterschlaf aufgewacht und haben festgestellt, dass nach 8 Tagen schon 50% unserer Funding-Summe zusammengekommen sind. Und das ist total cool. Wir haben nämlich noch gar keine Werbung gemacht. Und zum Thema Werbung, damit werden wir jetzt anfangen. Ab jetzt wird der Blog gefüttert. Ab jetzt werdet ihr hier bei Facebook, YouTube, Instagram und sonst wo immer Infos bekommen, wie es mit unserer Crowdfunding-Kampagne aussieht und danach, wie es mit unserem Album aussieht. Genau. Also tut uns den Gefallen und liked unsere Sachen fleißig weiter und verbreitet es auch noch ein bisschen gerne im Netz. Wir freuen uns dann immer darüber. Und das kann alles unser Album nur besser machen. Genau. Eine Sache, die euch sehr interessieren sollte im Blog und auf allen anderen Kanälen, die ich erwähnte, wird sicherlich auch viel zu unseren Dankeschöns erscheinen. Beispielsweise zum Kuschelpein-Stouty, wo noch außer uns beiden und unserer Näherin niemand weiß, wie das aussehen wird. Solche Sachen erreichen euch bald. Und jetzt haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch, Mario. Ja, wir werden nämlich schon mal ein Stück von unseren neuen Eingrungen anteasen. Ein kleines Hallo für euch sozusagen. Viel Spaß. Danke und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020